Hallo ihr Lieben, ich zeige euch wieder ein Playmobil Set und zwar von Ayuma und ich finde das so, so schön. Es geht um die Frühlingsteremonie und mit jeder Menge kleinen Extras. Die Playmobil Figuren, die finde ich immer so klasse, wie man sieht, die sind hier wirklich auch im Gesicht bemalt und die Details einfach, es ist wunderschön mit dabei für unsere kleinen Mädchen oder auch natürlich gerne Jungs. Man kann sich selbst ein schönes Armband basteln, also die Ayuma-Sets sind wirklich wunderschön und ich freue mich schon auf die neuen oder was noch alles kommt, weil es einfach wirklich auch für Groß und Klein die Herzen leuchten lässt. Dann viel Spaß damit! Dann viel Spaß damit! Dann viel Spaß damit! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018